Einen wunderschönen Sonntagmorgen um 5 Uhr morgens Bitcoin Kurs 41.900 grob 42.000 plus von 0,5% Wie sieht's aus? Erstmal herzlich willkommen an alle die schon wieder da sind und willkommen an alle die zum ersten mal da sind Direkt mal den Like-Bad drücken, einen Kommentar für den Algo da lassen, dann hauen wir direkt was raus Bitcoin Kurs wie gesagt 41.900 knapp 42.000 0,5% im Minus Gestern Abend haben wir noch gesagt, hey, vielleicht ist das mal eine ganz gute Möglichkeit Wenn wir hier unten hinkommen, da mal ein bisschen was nachzulegen, sag ich einfach mal Aufgrund, ja, als Spotposition, also als sehr sehr langfristiges Investment Und jetzt sind wir von diesem Punkt aber auch ordentlich die letzten Stunden nach oben gezogen Ist das jetzt das erste positive Anzeichen? Nö, ist es überhaupt nicht Denn das Ganze sehen wir mal immer wieder, dass wir von solchen Punkten relativ schnell hochziehen Relativ schnell hochziehen und danach gibt's den nächsten Dump Das heißt nicht, dass das passiert Glaube ich, dass das passiert Kann durchaus sein, dass wir die Lows bei 40.000 nochmal wieder sehen Dass wir hier nochmal einen Wig da drunter sehen Kann aber auch sein, dass wir jetzt hier erstmal eine Gegenbewegung kriegen So wie wir das gestern Abend eigentlich gesagt haben Die erste Trading Position weiterhin, die meiner Meinung nach Sinn macht Ist das hier, das Überspringen dieser beiden Widerstandslinien Und gleichzeitig der goldenen ungefähr bei 43.150 Vorher würde ich hier gar nichts machen Das Ganze sollte mal auf einem vernünftigen Timestream zurückerobert werden Mal mindestens mal so 4 Stunden Was ich euch nicht vorenthalten wollte, ist folgendes Da haben wir ebenfalls gestern darüber gesprochen Wenn der 4-In-Greed-Index bei 10 ist Dann ist es immer eine ganz gute Möglichkeit, um da mal nachzuladen Heute Morgen gucke ich in den 4-In-Greed-Index Weil wir sind ja schlussendlich gesehen Gestern nochmal ordentlich gefallen Das waren nochmal ein paar Prozent am gestrigen Tag Zumindest bei Ethereum, 4% bei Bitcoin Klar, das haben wir in relativ kurzer Zeit wieder aufgeholt Trotzdem sollte der 4-In-Greed-Index sich nicht mehr weiß, wie erholt haben Auf einmal sehen wir jetzt gerade 4-In-Greed-Index bei 23 Naja, da hat wohl einer irgendwas geschluckt 4-In-Greed-Index bei 23, nachdem wir gestern bei 10 waren Ist Quatsch Naja, egal, auf jeden Fall sind wir jetzt Wahrscheinlich im Fehl-In-Greed-Index noch ein bisschen weiter unten Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir 13 Punkte aufholen Nachdem wir hier so krass runterkommen Zwar das gleiche wieder rausholen Und tags, so sagt mir, so knapp bei plus minus 0 rausgehen Aber das soll uns jetzt auch nicht wirklich stören Wie gesagt, jetzt gerade Kann sein Dass wir jetzt mal hier so ein bisschen Bodenbildung haben Den Boden gefunden haben Noch mal runterkommen vielleicht Und dann hier so etwas machen Alles möglich Von mir aus gesehen aktuell noch keine Trading Position einzunehmen Frühestens wirklich hier Ab 43.000 Und das Ganze dann auch erst nach entsprechendem Retest Denn dann könnten wir erst mal Ich sag mal Ein höheres hoch machen Das sind die Tiefs Und wenn wir hier hinkommen und dann so etwas machen Dann haben wir wenigstens den Ansatz Eine aufsteigenden Struktur Höhere hochs, höhere Tiefs Zwei nur auf einem kleinen Timeprap Aber immerhin, sag ich mal Deswegen ist das für mich auch die allererste Möglichkeit Dort überhaupt etwas Als Trading Position einzunehmen Als Spot Position Bitcoin bei 40.000 gestern Naja Videos vorher Tja Prognostiziert hatten Auch hier Kriegen wir jetzt einen kleinen Rebound Mal sehen Wohin uns das führt Die erste Trading Position Und die ist im Grunde genommen auch erst hier möglich Bei 3.250 Wenn wir das Ganze mal auf einem höheren Timeprame Sprich mal mindestens vier Stunden Den Lightning hier haben Und dann sowas hier machen Dann kann man das vielleicht mal in Richtung Norden probieren Ansonsten Tja Haben wir Sehen wir jeden Tag Neu los Ah jetzt das war es gewesen Ah das hier war es gewesen Ah nein Jetzt haben wir aber den Boden erreicht Und jetzt haben wir den Boden erreicht Und jetzt haben wir vielleicht den Boden erreicht Also weiterhin Richtung Süden mit Sicherheit Hier mal aufpassen Würde ich jetzt hier eine Linie ziehen Die sich wahrscheinlich sehr schön verbinden lässt Würde ich dann schon eine Trading Position einnehmen Ja Leute Guckt euch das mal an Das ist sehr sehr schön Das ist eine sehr sehr schöne Linie Das ist wahrscheinlich ein sehr sehr schöner Abwärtskanal Ja Noch nicht ganz In der Auflagepunkte sind ein bisschen zu wenig Von daher könnte man natürlich hier jetzt ein Wedge draus machen Aber Ist jetzt hier schon die Möglichkeit Auf einem ganz kleinen Timeprame vielleicht Mit einem ganz ganz kleinen Amount Ist das frühestens Ist hier möglich Wenn ich Gold nach oben hinnehme Gleichzeitig grün 3155 Für denjenigen der da irgendwie Interesse daran hat Okay Für mich ist das Ganze erst hier möglich 3250 Nach dem Ausbruch von Retest Auf einem höheren Timeprame Also mal mindestens so 4 Stunden Tja Leute Wie gesagt weiterhin Seitenlinie ein sehr sehr guter Freund Aber das Prognostizieren Das reden wir auch Seit Tagen Naja im Moment schon fast seit Wochen Und da ändert sich auch Im Moment nichts Ich wünsche euch einen wunderschönen Start In diesen Sonntag Macht was Schönes weiterhin Heute mit der Familie Daniel hat es gestern den ganzen Tag richtig gemacht Genossen Und ja So Sollten wir das im Moment wahrscheinlich öfter machen Schaut nicht zu sehr auf die Kurse Bitcoin und Co Sollte eigentlich sowieso ein langfristiges Investment sein Trading Position Gibt es jetzt gerade nicht einzunehmen Also Geht raus Geht Skifahren Betrinkt euch Weiß was ich Geht ins Kino Macht was mit Frau Freund und Familie Scheint im Moment alles deutlich Effektiver zu sein Solche Bindungen zu stützen Als irgendeinen Mist Dort zu kaufen Habt einen wunderschönen Sonntag Und wir sehen uns gleich noch im Allcon Update Und heute Abend In den Abend Updates